Hi! Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich der Michi und ihr habt euch irgendwie auf meinen Akustikkanal verirrt bzw. das ist mittlerweile eigentlich mein aktuellster Kanal, weil auf den anderen mache ich eigentlich nichts mehr bzw. ich habe nicht die Zeit, die aufwändigen Videos, wie ich sie da gewohnt war, zu produzieren, momentan zu machen leider. Hat mehrere Gründe, vielleicht gehe ich da irgendwann nochmal drauf ein, aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Es geht eigentlich nur darum, dass ich euch mal sage, was hier abgeht. Ich nehme einfach mal was auf, wenn ich Bock habe Musik zu machen, dann wieso nicht mal aufnehmen und anderen zeigen und schauen, was die davon halten, weil einfach, dass meine Leute meine Musik hören, was ich so mache. Und deshalb habe ich diesen Kanal hier erstellt und es läuft mittlerweile echt gut und deshalb dachte ich mir, ich mache jetzt mal so ein Video, wo ich ein bisschen labere. Ist eigentlich nicht mein Ding, aber ich dachte mir so, hey, zu verlieren habe ich ja auch nichts. Also rede ich einfach mal ein bisschen. Aber ich bin da eigentlich nicht gut drin. Ja, also ich werde versuchen auf dem Kanal relativ regelmäßig, also so gut wie ich es kann, Videos hochzuladen im Cover oder auch mal selbst geschriebene Lieder. Ich habe früher mehrere Lieder selbst geschrieben. Die kann man auch auf meinen alten Kanälen oder anderen Kanälen sehen. Kann ich ja mal unten in der Beschreibung verlinken, wie ihr da hinkommt, falls ihr euch die mal anschauen möchtet. Ansonsten kommt heute direkt ein neues Cover noch und vielleicht morgen oder übermorgen auch. Ansonsten versuche ich pro Woche so ein Cover eigentlich hochzuladen oder ein Video oder irgendwas, vielleicht auch mal was selbst geschriebenes. Weiß ich noch nicht. Ist alles sehr spontan aktuell. Ja, massig Zeit ist momentan leider auch nicht wegen Lernerei für die Klausuren im Studium und so. Aber das wird auch wieder besser. hoffe ich mal. Ja, also ich kann leider echt nicht so, bin ich so gut, so ein guter Redner hier. Außerdem habe ich nie gedacht, dass ich so was noch machen werde. Deshalb bleibt mir da noch groß zu sagen. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut meine Videos an, guckt euch mal über meinen Kanal drüber. Wenn ihr Bock habt drauf, dann würde mich freuen. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich dann sagen kann. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal.